Hallo und herzlich willkommen zum Rocket League Top-Video. Wir gucken natürlich ein, was heute Neues gibt's auch Gigas. So. Das haben wir gerade. Wir haben Giga Musik vor Geil und Rocket League Köln. Gänge haben wir noch Giga Chor-Animation vor Spike Haug und Rocket League Köln. Dann haben wir den täglichen Top-Giga-Augureipen, die auch Neues gibt und auch sehen wie ein Propeller für 600 Rocket League Köln. Dann haben wir noch Giga Chor-Animation mit die Bälle für 1000 Rocket League Köln. Dann haben wir noch nach hinten auf den Auge bekommen, für 500 Rocket League Köln. Bei mehreren Rocket League Köln bekommen wir auch in Fortnite. So. Dann haben wir noch nach hinten auf den Auge bekommen, für 150 Rocket League Köln. Und dann haben wir noch Giga-Augureipen, für 400 Rocket League Köln. Und dann haben wir noch Giga-Augureipen, die immer noch gab. Und ja. Dann haben wir hier noch immer noch Giga-Augureipen mit Puma. Dann haben wir noch Giga-Augureipen. Und dann haben wir noch Giga-Augureipen. Und dann haben wir noch das. So, dann haben wir vorher gerne Giga-Augureipen auf Video. Bis zum nächsten Mal. Danke für's Glück. Und tschau tschau. Bau bau. Bis zum nächsten Mal.